Ja, hallo hier auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Hallo, ich bin Frankie und heute in dem Video zeige ich euch mal, wie ich einen Finesse-Rig baue. Also wie ich das baue und was man dann in drei verschiedenen Varianten fischen kann. Und zwar als Shiborashka, als Texas-Rig und als Carolina-Rig. Also sehr flexibel einsetzbar und nach dem Intro geht's los. So, als allererstes brauchen wir ein bisschen Fluorocarbon. Ich habe hier eins mit einer Tragkraft von 9 Kilo, 0,40er und ein paar Stopper in der Größe M. Die Stopper passen jetzt also zu der Schnur, da muss man so ein bisschen drauf achten. Wer das nachbauen will, 0,40er, dann die Stopper auch in Größe M. Hier sind sie vom Bär, damit das Ganze nachher nicht verrutscht. Ihr könnt das natürlich auch alles ein bisschen feiner bauen, ein bisschen filigraner. Dann müsst ihr, wenn ihr jetzt eine dünnere Schnur habt, müsst ihr auf jeden Fall andere Stopper nehmen, die ordentlich auf der Schnur nachher auch ordentlich Halt bieten. So, dann ziehen wir uns hier erstmal ein bisschen Fluorocarbon ab, schneiden es aber noch nicht ab. Und ziehen erstmal eine Stopperperle hier auf das Fluorocarbon. Die schieben wir uns erstmal ein bisschen nach hinten, die kleine Stopperperle. Dann haben wir hier Patronenblei mit einer Glasperle. Also ich fische da keine bunten Perlen oder so, weil ich will, dass der Fisch auf meinen Köder aufmerksam wird und nicht auf meine bunten Perlen. Darum hier eine bunte Glasperle, also transparent und auch hier kein farbiges Blei. Das jetzt Blei gibt es auch als Tungsten. Tungsten hat den Nachteil, ist teurer, aber hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass es im Verhältnis zu dem Blei kleiner ist. Ja, dann schieben wir das Patronenblei drauf mit der Spitze zuerst. Die ganze sieht dann schon mal so aus. Und dann die Glasperle. Und dann kommen noch mal zwei weitere Stopper. So, die Stopper schiebe ich mir jetzt auch erstmal weit nach hinten. Und hier vorne haben wir jetzt so einen kleinen Knick, wo wir die Stopperperlen drüber geschoben haben. Das schneiden wir uns natürlich ab, damit wir da nicht nachher irgendwie eine Sollbruchstelle haben. Als nächstes knoten wir uns da einen kleinen Snap dran. Damit haben wir natürlich nachher die Flexibilität, die Köder schneller mal wechseln zu können. Weil wir wollen am Wasser mit diesem Rig ja nicht viel rumknoten, rumbasteln, sondern wir wollen damit ja fischen. Dann habe ich hier also so einen kleinen Snap. Der hat jetzt hier eine Tragkraft von 8 Kilo. Das reicht hier vollkommen aus. Den machen wir jetzt mit einem ganz normalen Clinchknoten hier dran fest. So, mit sechs Wicklungen reicht das aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oben durch die Öse. Ich ziehe das Ganze erstmal ein bisschen vor. Schön feucht machen, zusammenziehen. Jetzt müsst ihr eben halt drauf achten, gerade bei den Knoten, dass er das jetzt nicht mit aller Gewalt zusammenzieht. Dann entsteht hier Reibungshitze. Dadurch schwächt er die Schnur und dann habt ihr nachher einen Abriss. Das muss man alles so ein bisschen mit Gefühl machen. Ich nehme jetzt erst noch mal eine Zange. Man kann es auch mit den Zähnen machen. Ziehe da noch mal ein bisschen. Vorsichtig. Dann habe ich hier so ein kleines Knotentool. Das hänge ich mir hier ein. Und schiebe da mit den Fingern erstmal den Knoten voreinander. Ziehe noch mal ein bisschen. Dann geht der Knoten nochmal auf. Schiebe ihn noch mal ein bisschen voreinander. Noch mal ein bisschen zu. Und dann sitzt der Knoten noch ordentlich. Das überstehende Ende hier. Dann lassen wir jetzt so 5 mm stehen. Schreiben wir ab. 5 mm stehen lassen. Nehmen wir uns dann Feuerzeug. Und so mache ich das zumindest immer. Und kugeln mir das hier unten so ein bisschen an. Ganz wichtig das Ganze dann nochmal testen. Falls die Flamme dann nochmal an die Schnur gekommen ist. So das Ganze hält. So weit haben wir das jetzt schon mal fertig. Jeden Knoten geht noch ein Wirbel an. Ich mache das Ganze immer so. Ja ich sage mal so um die 55 lang. Schreibe mich jetzt etwas über 60 ab. Um vernünftigen Knoten machen zu können. Ich messe mir das mal eben ab hier vorne. Dann nehmen wir uns einen kleinen Wirbel. An den Wirbel können wir später in die Hauptschnur einen kleinen Snap einhängen. Oder eben halt auch an die Hauptschnur anknoten. Ein kleiner Trick noch dabei. Um diesen Wirbel gleich auch vernünftig anknoten zu können. Da habe ich hier mal einen Snap. Ich glaube sogar ein Traker von 18, 20 Kilo. Da hänge ich mir jetzt diesen kleinen Wirbel ein. Damit ich das Ganze gleich mit meinem Hakentool vernünftig zusammenziehen kann. Auch hier machen wir wieder den ganz einfachen Klammerknoten mit 6 Wicklungen. Schneiden das Ganze gleich dann wieder ab und kugeln das eben an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ganze hier durch. Ich ziehe das Ganze wieder voreinander. Das ist mir der Zange. Also ein Hakentool kann ich auf jeden Fall empfehlen. Damit kann man auch seine Knoten immer vernünftig testen. Ich ziehe das wieder voreinander. So. Schneiden es wieder ab. 5 mm überstehen lassen. Ein bisschen ankokeln. Da bildet sich ja so eine kleine Kugel. Das bildet. Das Ganze wird nicht durchrutschen. Habe ich noch nie erlebt, wo es meine Scherchen hier. Aber das bietet dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen Sicherheit. Das Fluorocarbon, wenn das jetzt Hitze kriegt, bildet das vorne so einen kleinen Knubbel. Und das würde natürlich im Worst-Case-Szenario-Fall verhindern, dass das Ganze nochmal durchrutscht. Wichtig hier auch hier wieder gucken, dass wir die Schnur nicht verletzt haben. Hält. So. Der Snap kann jetzt ab. Und somit ist das Ganze jetzt erstmal schon mal soweit fertig. Ich mache da jetzt mal eben einen Köder dran. Schiebe die beiden unteren Kugeln jetzt mal bis unten hin. Und die oberen, den oberen Stopper hier vor. Ja. Einige kennen es vielleicht von euch. Jetzt haben wir so etwas Ähnliches wie einen Chemuraschkarik. Ja. Haken und Blei sind voneinander getrennt. Ich zeige euch mal, wer es nicht kennt. Die Chemuraschkarik. Hier mal ganz klein. Da habt ihr hier vorne das Blei. Den Haken. Nicht wie beim normalen Jig. Wo Haken und Blei mit fest verbunden sind, ist das hier immer halt lose verbunden. Und das gleiche Prinzip haben wir jetzt hier quasi auch. Also hätten wir jetzt hier jetzt einmal einen Chemuraschkarik. Ja. Jetzt könnt ihr die Perle ganz nach oben schieben. Dann habt ihr ein Texas-Rik. Oder ihr nehmt die beiden unteren Perlen. Schiebt die hoch. Dann habt ihr ganz normal, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, ganz normal einen Carolina-Rik. Ja, jetzt hört ihr hier, ich weiß nicht, ob man es hören kann, dass die Kugeln hier von, also beim Anschieben schlägt das Blei dann gegen die Kugel und macht ein Geräusch. Das kann von Vorteil sein, dass es die Räuber aufmerksam macht und anlockt, kann aber auch von Nachteil sein. Und wenn ich merke, dass es vielleicht von Nachteil ist, schiebe ich die Perle von oben vor das Blei und somit ist das Geräusch ausgeschaltet. Ja, wie ihr seht, ist das ein sehr flexibel einsetzbares Finesse-Rik. Die beiden Perlen kann ich jetzt natürlich auch noch verstellen. Also desto weiter ich jetzt mit der Geschichte hier von hier an den Köder gehe mit den Perlen, desto kürzer ist die Absinkphase und desto ein bisschen aktiver wird der Köder dann auch geführt, weil das Blei den natürlich schneller runterzieht und desto höher ich gehe, desto langsamer und etwas unauffälliger sackt er dann zu Boden. Ja, ganz einfache Geschichte. Fischen kann man das Ganze natürlich dann an einem ganz normalen Haken. Ich habe hier einen von Gamagatsu, einen 0,2er für die 10er Köder passt das ganz gut. Allerdings, wenn man so ein bisschen im Krautfeld rumfischen möchte oder jetzt gerade auch im Herbst so viel Laub auf dem Grund vom Wasser zu finden ist, würde man damit natürlich viele Hänger produzieren und viel Laub einsammeln. Da ist natürlich vom Vorteil, man fischt so ein Offset-Haken, der natürlich ein bisschen die Nachteile hat, öfter mal einen Hänger zu produzieren oder eben, Entschuldigung, genau umgekehrt, der Offset-Haken hat den Nachteil, dass er ab und zu mal ein paar Fehlbrüste produziert, aber Hänger eben halt weniger, weil er ja nichts einsammelt. Das Ganze sieht ja dann eben halt so aus, wenn der Fisch dann beißt, wird die Hakenspitze hier freigegeben. Im günstigsten Fall rutscht der Köder dann hinten runter und die Hakenspitze ist dann richtig frei, dass er sich haken kann. Also hiermit haben wir weniger Hänger sammeln, natürlich nichts mit ein. Und wenn wir kein Kraut haben, können wir auch ganz normal mit so einem Haken eben halt fischen. Ja, mit der ganzen Geschichte, also mit dem, man kann das Ganze natürlich jetzt auch so aufbauen, wenn man das hechtsicher haben will und dabei trotzdem die volle Flexibilität beibehalten möchte, zieht man sich das Ganze auf einen Stahlvorfach auf, empfehle dann beschichtetes Stahlvorfach, so sieben Kilo, dann ist das Ganze auch noch ein bisschen flexibel. Die ganze Flexibilität wie dieses jetzt hier, aber das geht natürlich auch. Wenn man nur das Terroliner Rig fischen möchte, dann knotet man sich einfach hier unten ein kleines Stahlvorfach dran. Damit habe ich auch neulich ein Hecht gefangen, das hält auch alles. Und wie man diesen, den Knoten hier macht, Stahlvorfach mit Fluorocarbon verbindet, da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. Das Video benenne ich euch hier oben ein, setze es dann aber auch nochmal in die Beschreibung rein. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Piet hier am Wasser, viele Fänge und abonniert meinen Kanal, somit verpasst ihr keine Videos. Und dann sehen wir uns demnächst hier wieder auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Doei! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017